Hier ist der Gunnar, ich bin in Tann in der Rhön, bin also von der Originalstrecke abgewichen, denn die ist unfahrbar, nicht findbar und wenn zugewuchert, dann nicht fahrbar, der Unannehmlichkeiten ein bisschen viel, nur steil, nur schlechter Boden, wenn überhaupt findbar und und und. Ich werde morgen mal jetzt so ein Diagonalkonzept starten und immer an bestimmte Punkte der Strecke fahren und wenn die gut sind, weitermachen und wenn es irgendwie Probleme gibt, werde ich immer den kürzesten Weg zur nächsten Stelle fahren, die mich weiter gegen den Mittelhammer bringt. Das ist klar nicht mit dem Kodex zu vereinbaren, aber auf der anderen Seite ist das andere Konzept völlig spaßfrei und dafür machen wir ja nicht das Ganze. Schinden ja, aber bitte mit Wonne. So, Leidenschaft, weil es Leidenschaft, aber nicht nur Leiden und keine Faszination. So, ich hoffe den anderen, die dann später wahrscheinlich hierher kommen, geht's gut. Ich frage mich, wie das die Leute, die vor mir sind, irgendwie moralisch überstanden haben. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.